Ich müsste mich eigentlich treffen lassen, aber ich tue es nicht. Nicht für niemanden. Für nichts und niemanden. Oh, oh, oh! Oh, Wilhelm! So, gleich kommt die Bostür, gleich kommt die Bostür, ich bin mir sicher. Ich bin mir ganz sicher. Nein, noch keine Bostür. Eher eine Leiter und es passiert hier nichts. Bostür! Bostür! Ja, die Bostür! Endlich! Endlich, die Bostür ist da. So, ich habe ein Problem. Denn ich kann das Eis nicht ausprobieren, weil einfach meine Marisa zu schwach ist. Deswegen, na okay, ich könnte es doch tun. Das war nichts. Okay, dann aber so. Au. Meine Güte, ist das ein... Das ist Space Invaders oder was? Das ist doch kein... So, ich probiere es doch. Es klappt, es klappt! Okay, ich warte bis zum nächsten Mal, wo ich meine... Oh mein Gott! Was ist das für eine Bösartigkeit, die die an den Tag legt? Also, es sieht so aus. Es sah so aus, als würde das Eis ordentlich reinhauen. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen nochmal. Ich werde es auf jeden Fall auf Dauerfeuer halten. Es haut zumindest ein wenig mehr rein, als andere Sachen. Ja, und wenn man sich ordentlich auf den Gegner und den Fight konzentriert, dann... Wo ist sie? Da ist sie! Und ich bin... Ich bin... Ich bin durchgekommen! Aaaaaaah! Schön! 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 Wieder ein Bossdown! Ich könnte immer noch sagen, schön! Geil! Marisa got Black Lotus! I feel like I... I feel like I don't know what's going to happen! Ah, ich weiß es auch nicht. So, nächste Bosserin ist besiegt. So, jetzt können wir ja mal... Hm, nehmen wir Yuyuko Sai... Ach, ich kann sie immer noch nicht aussprechen, aber ich nehme sie mal. Ich nehme sie ordentlich und hart und... Wenn es sein muss, auch von hinten. Oh! Eine altjapanische Welt! So, was macht eigentlich ihre Waffe? Nicht viel. Okay. Roomstick will ich nicht. Bäh! Bäh! Oh mein Gott, die Meat Tools, sie kommen und sie greifen an. Und dich mache ich fertig. Ha! Sag ich ab. Oh! Wir haben eine neue Art von Gegner-Entdeck. Dumm, 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 dumm. Los, komm raus, komm raus, komm raus. Wohl mal, du auch... Rauskommen, du. Na komm. Du tust mir da nix, du blödes. Was ist das eigentlich? Es ist eine Art Statue? Nein. Ein Schrein? Nein. Auch nicht. Was ist es eigentlich? Oh, ich kenne den Fachbegriff nicht, aber ich... Es liegt mir auf der Zunge, glaube ich. So. Und das hier waren diese Halbmenschen, äh, Halbmensch, Halbgeist. Und das ist die Geistform. Hat mir mal jemand erzählt. Alter. Es war Friendly Firefox. Ich verstehe zwar immer noch nicht, was das genau für Viecher sein sollen, aber... Okay. Vielleicht... Vielleicht sage ich das jetzt auch bloß so, obwohl ich es verstanden habe. So, dich mache ich auch noch fertig. Nein, mache ich nicht. Wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Dann lasse ich dich eben in Ruhe. Oh, ganz viele... Böse Raben. Ha, 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 ha. So, ich habe nichts von euch bekommen. Schade. Jetzt kommt wieder so ein Tower. Ha, sind wir hier in Warcraft 3, wo man towern kann, oder was? So, jetzt kommt wieder unsere netten Geschwesterchen, die... Ich weiß nicht, die müssen doch zusammengehören. Die machen Musik zusammen. Das ist die Band. Die Hausband. Die machen Hausmusik. So. Und Rhythm and Blues machen sie gleich mit, so. Äh, ja. Und Hip-Hop natürlich. Das sind die Hip-Hop-Bitches. Die Hip-Hop-Bitches, natürlich. Ich nenne die jetzt immer nur Hip-Hop-Bitches. So. Also das Level, das ist noch einigermaßen okay. Es gibt hier keine großartigen Todesfallen, wie es aussieht, aber es gibt die Viecher. Und die habe ich eigentlich ganz gut gemeistert. Cool. Coole Sache. So, jetzt kommt eine Todesfalle. Kommt da was, wenn ich da dran stehe? Dran stehe. Bam. Oh, jetzt größere Todesfalle. Langsam sollte ich mich vorsehen. Äh, ja. Moment mal. Kamen die da gerade von unten hoch? Ey. Das ist dieses Feuer von Mega Man sonst da was. Ich werde lieber noch eine Runde warten. So, dann habe ich Zeit. Ey. Der war für mich. Eilzustellung Pilz für Mr. Exito und seine Marisa. Oh, langsam, langsam mit den wilden Pferden. Oh, ein großer Pilz. Ey, hier kann man bestimmt gut Lebenszeug sammeln. Lebensenergie. Farm. Außer man verliert zu viel. Au. So. Ich warte noch eine Runde. Okay, jetzt geht's los. Ha. Oh, mein Gott. Eine Viererkette. Ganz böse. Ganz übel. Oh, da will ich ran. Ich hab... Und ich komme ran. Ich komme ran. Denn ich hab ja immer noch meinen Besen. Ha. Mit dem sollte es ja erstmal hier sauber machen. Ist ja dreckig, ey. Alles voller Viecher. Voller ekliger... Ah, Milben. Milben sind das. Das sind Staubmilben. Oh, da waren Spikes auf Instant Death. Die waren ja so gefährlich. Mann, Mann, Mann. Oh, nein. Jetzt haben wir wieder unsere Blüten-Tussi. Die mir schon vorher Probleme... Naja, nicht Probleme gemacht hat. Aber die Stage hat mir Probleme gemacht. In der sie auftauchte. Na, dich mach ich tot. Danach spring ich rüber. Dann eben nicht. Nein, noch eine Blüten-Tussi. Ich geh hier weg. Das Blöde ist, wenn man hier versucht abzuhauen, dann kommen die Gegner hinterher. Aus. Haha. So, jetzt... Ein gezielter Sprung und ich bin drüben. Bam. So. Und dich mach ich fertig. Alles. Cool. Oh, da haben wir wieder einen dieser bösen Gegner. Und er ist ein lieber Gegner gewesen, weil er schön gestorben ist. So. Oh, nein. Nein. Es musste irgendwann kommen, oder? Oh. Moment. Das wird noch schwerer. Wetten? Aha. Aha. Okay, es ist nicht so schwer. Also, man kann es mit wenig... Oh, oh. Okay. Jetzt wird es schon um einiges übler. Ich geh da lang und dann geh ich da hoch. Oh. Das war gut. Hier gibt es einen Zweitweg. Ist das nicht... Oh, nein. Ein E-Tank. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Aha. Es hat so gereicht. Geile Sache. So. Oh, oh. Jetzt, 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 jetzt. Ah, sie haben mich nicht getroffen. Moment. Ich werde mich nie irgendwo runterstürzen, wo ich nicht weiß, wie es da unten aussieht. Das habe ich mir geschworen jetzt. So. Jetzt mal. Wenn sie mich einmal erwischt, dann sind sie tot. Deswegen sollte ich das lachen. Ich hoffe, es macht nichts, wenn ich die bis hinten hinziehe. Au. Äh, doch nicht. Okay. Da ist sie wieder. Ach, egal. Äh. Los, komm. Will dich töten. Nein. Komm, wir sind am Boss. Wir sind am Boss. Und wir haben kein Leben mehr. Sah das richtig so aus? Ja, das muss daran liegen, dass... Ah. Ich habe das geschafft, was Imiro am Anfang nicht wusste anscheinend. Wie man diese Dinger einsetzt. Und da ich eh nichts zu verlieren habe, da der ja eh dann weg ist, kann ich ihn einsetzen. Und... Ja. Klappt alles. So. Äh. Oder dieser blaue Tank, der war einfach bloß zum Waffen aufladen. Das kann natürlich auch sein. Und dass dieses Ding extra fürs Leben war. So. Mal gucken. Vielleicht war es ja nicht die Waffe gegen die andere, sondern irgendwas anderes war die Waffe. Das könnte sein. Na, das ist schon mal nicht die Waffe. Da passiert gar nichts. Naja, an dem... Oh, ist das die Waffe. Es sieht aus wie die Waffe. Aber ich treffe sie nicht. Ah, shit. Shit. Okay, jetzt muss ich ändern. Taktikänderung. Au. Shit. Shit. Das wird ein knapper Kampf. Au. Ähm... Ja, okay. Also, die ist nicht sonderlich schwer zu besch... äh, zu schaffen anscheinend. Aber die Stage war nicht schön. Okay. Dann mal weiter. Ich mein, auf ein neues. Au. Na, klasse. Hier kann man sich nicht mal auf die Mew-Tools verlassen. Ah. Sehr grausam. So. Na komm, du neue Speedu. Ha. So. Oh, ja. Das Ganze kennen wir ja schon. Nichts Neues. Oh. Oh.